Hallo und herzlich willkommen bei koch mal schnell. Heute möchte ich euch mal eine Gyrosuppe zeigen und zwar eine leckere Partysuppe, die wir heute mal in der Cook4Me machen. Ist ja die perfekte Maschine für Suppen. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Und zwar brauche ich Schweinefleisch. Ich habe hier Schweineschnitzel genommen. Ein gutes Kilo, genaue Angaben wie immer in der Infobox. Dann kommen bei mir dazu Zwiebeln und das Ganze werden wir auch gleich vorher ein bisschen marinieren hier mit Gyrosgewürz. Dann kommt in die Suppe auch noch Paprika. Zwei rote, normalerweise zwei gelbe noch dazu. Hatten wir jetzt hier nicht. Macht nichts, diese schicken Orangen hier. Die passen auch, die kleinen. Da kommt noch ein bisschen Knoblauch dazu. Champignons kommen noch rein. Und für die Soße brauchen wir dann Tomatenmark hier. 400 Milliliter, so eine typische Packung. Ich brauche Feta. Wir brauchen außerdem Doppelrahm-Frischkäse und Creme fraiche. Ja, und auch noch mal ein bisschen für Geschmack natürlich hier Tomatenmark. Und das Ganze werden wir aufgießen mit einem guten Liter Fleischbrühe hier. Und wenn wir das Ganze noch würzen müssen, Pfeffer und Salz natürlich. Mal schauen, ob das nicht salzig genug ist schon durch den Feta hier und durch das Gewürz hier von Ackerkraut. Aber ansonsten können wir natürlich jederzeit nachwürzen. Mal schauen. Ja, haben wir, glaube ich, alles einmal angesprochen und dann können wir loslegen mit der Vorbereitung. Ja, ich schneide zunächst das Schweinefleisch hier erstmal in Streifen und danach schneide ich aus dem Schweinefleisch Stücke. Und da mache ich dann ja mundgerechte Stücke, die ihr gut auf den Löffel kriegt für die Suppe hinterher. Das ist so meine Größe. Müsst ihr ein bisschen schauen, was euch gefällt. Aber ich glaube, das passt ganz gut. Und das mache ich jetzt mit dem gesamten Schweinefleisch. Und wenn ich das Fleisch komplett geschnitten habe, dann mache ich die Zwiebeln. Zwiebeln pellen, halbieren und dann schneide ich die so in grobe Streifen. Und dann noch mal mit allen Zwiebeln. Und wenn wir mit allen Zwiebeln durch sind, dann geben wir die zum Fleisch und zappulen die so ein bisschen, damit wir einzelne Streifen haben. Also einfach in den Topf ordentlich Olivenöl drüber. Das wollen wir jetzt so ein bisschen marinieren. Also nach Auge. 4, 5 Esslöffel werden das so sein. Und dann geben wir zu der Masse jetzt hier zu dem Fleisch und den Zwiebeln auch noch unser Gyros-Gewürz. Einfach dazugeben. Und wenn das Gyros-Gewürz hier im Topf ist, dann ordentlich mischen. Richtig durchmischen, ruhig ein paar Minuten, damit doch alles gut benetzt ist. Damit doch alles das Gewürz hat. Und wenn wir das durch haben, wenn wir das gemischt haben, dann stellen wir das erstmal weg, legt den Deckel drüber oder Folie, was immer ihr nehmen mögt. Und dann können wir weitermachen. Nächster Schritt hier die Paprika. Auch die Paprika genau wie das Fleisch in mundgerechte Stücke. Also ungefähr die Fleischgröße. Wenn ihr erstmal die Kerne raus habt, dann ungefähr Fleischgröße. Die Paprika geht noch ein bisschen zusammen. Und wenn wir die Paprika hier fertig haben, geschnitten haben, dann kommt die Knoblauch dran. Ein bisschen drücken, Ecken abschneiden, dann pellen wir die. Das geht dann ja schnell. Und dann hacke ich die. Muss nicht so ganz fein sein, aber ruhig kleine Hacken, dass wir dann die Knoblauch fertig haben. Und die Pilze schneide ich dann nur noch in Scheiben. Also ein bisschen blättrig. Und das war es auch schon. Ja, und dann können wir auch loslegen an den Topf gehen. Ich schmeiße die Cook for me an und die Woche dann so ein bisschen. Ich heize die mal vor. Und wir wollen dann manuell arbeiten hier. Also manuelle Einstellung. Und dann gehe ich von manuell auf klassisches Garen. Also einmal rüber gehen. Bestätigen mit OK. Und dann gehe ich ganz rechts rüber. Na, nicht schmoren, sondern nochmal einmal einen rechts rüber zum Braten. Und dann können wir das bestätigen. Und dann fängt sie jetzt an und heizt vor und meldet sich dann auch, wenn sie mit dem Aufheizen fertig ist. Und ja, dann will sie auch die Zutaten haben. Ich habe schon Öl reingegeben hier. Jetzt kommt die Fleisch-Zwiebel-Mischung dazu. Und das Ganze habe ich jetzt so über den Daumen 10 Minuten angebraten. Nicht viel länger. Das reicht eigentlich. Alles erst mal in den Topf. Die guckt vor mir macht ja auch nicht dampf. Das geht wirklich gut. Dann brate ich das an. Ich mische das gut durch. Immer wieder mal zwischendurch. Ihr könnt den Dettel auch runterlegen. Oder ich habe ihn alles offen gelassen. Jetzt. Und dann, nach den 10 Minuten gebe ich die Paprika mit Knoblauch hier dazu. Da wird es schon ordentlich brutzeln. Und dann mische ich das Ganze nochmal richtig durch. Ich brate das nochmal so ein paar Minuten an. Und dann gebe ich auch schon die Pilze dazu. In der Pilze wisst ihr, die ziehen ja relativ viel Wasser. Die geben viel Flüssigkeit ab. Und das mische ich jetzt alles nochmal richtig durch. Noch mal so fünf Minuten Fleisch mit dem Gemüse anbraten. Jetzt kommen die anderen Zutaten. Da hatte ich jetzt den Deckel runter. Und jetzt kommt eben dazu hier Creme Fraiche, Feta, den Doppelrahmfrischkäse und auch das Tomatenmark. Das gebe ich jetzt alles zum Fleisch und zu den Zwiebeln, zu dem Gemüse. Und als letztes kommen eben nochmal meine stückigen Tomaten dazu. Also nicht Tomatenmark, wie ich am Anfang gesagt habe, sondern die Tomatenstücke und auch die Brühe. Die gieße ich jetzt auch dazu. Dann brauchen wir ein bisschen Flüssigkeit auch für die Suppe. Und jetzt mische ich das Ganze nochmal gut durch. Wirklich ordentlich mischen nochmal auch den Käse und Creme Fraiche hier, dass das alles eine halbwegs homogene Konsistenz hat. Mische also alles nochmal durch. Und mehr müssen wir jetzt auch nicht machen. Und Deckel zu. Ja, jetzt meckert sie wieder. Deswegen schalten wir jetzt auch gleich um von da aus. Wir schalten jetzt gleich um. Also wir brechen hier das Braten ab. Ja, das ist okay. Und gehen jetzt zu Garen unter Druck. Einfach bestätigen. Und jetzt stelle ich hier, das ist meine Zeit, die ich gewählt habe, 25 Minuten ein. Und das passt auch tatsächlich. Das ist ganz, glaube ich, genug. Und wir wollen auch sofort starten. Und das machen wir jetzt auch. Und dann legt sie los. Und wenn sie abgedampft hat, dann sehen wir uns wieder. Ja, hat es geklappt. Also riecht schon mal sehr, sehr lecker. Sieht auch gut aus. Auch die Konsistenz ist, finde ich, genau richtig für eine Suppe. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Ihr seht das hier. Also genau richtig für eine Suppe. Und ich habe jetzt nichts zu meckern gehabt. Ich mache jetzt in die Mitte nochmal so ein Klecks saure Sahne, Creme Fraiche, was ihr mögt. Garniere das Ganze mit so ein bisschen Baguette. Und dann probiere ich es natürlich mal. Und ich hätte vielleicht, vielleicht noch so einen Hauch Gyros-Gewürz dazu getan. Aber wer es nicht so würzig mag, wer es nicht so kräftig mag, der ist, glaube ich, damit zufrieden. Also ich denke, hat geklappt, meine Gyros-Suppe hier. Da guckt vor mir. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.